Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read! Mann, ich hab mir gerade voll das Knie am Tisch gestoßen, aber egal. Ja, heute wieder das nächste Buch. Ich war gestern wieder, oder hab gestern wieder länger Skyrim gespielt. Hab noch ein paar neue Bücher gefunden, die kommen aber erst später. Heute die Ruinen von Kimil C. Ich wollte schon Kamel sagen, aber das wäre falsch gewesen. Ja, keine Ahnung, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Mal gucken. Okay. Die Ruinen von Kimil C. von Rolard Nortzen. Alles klar. Der Beifall der Mitglieder der Kaiserlichen Union klang mir noch in den Ohren, als ich beschloss, unverzüglich nach Morrovin zurückzukehren. Mit leisen Bedauern verabschiedete ich mich von den Fleischtöpfen der Kaiserstadt, wohlwissend, dass die Wunder, die ich aus Ralid Makai mitgebracht hatte, nur an der Oberfläche der Kostbarkeiten in der Dweimar-Ruine in Morrovin gekratzt hatten. Ich hatte das sichere Gefühl, dass dort nach spektakulärer Schätze auf ihre Entdeckung warteten und ich konnte es kaum erwarten, endlich loszulegen. Außerdem sah ich vor meinem geistigen Auge das heilsame Beispiel, das armen Bannermann, der noch immer von seiner einzigen Expedition nach Schwarzmarsch vor 20 Jahren zehrte. Ich schwor mir, dass mir so etwas nie passieren würde. Mit der Urkunde der Kaiserin in der Hand würde ich dieses Mal die volle Kooperation der kaiserlichen Behörde genießen. Nie wieder müsste ich Angst vor Angriffen oder abergläubischen Einheimischen haben. Aber wo soll ich nun suchen? Die Ruinen von Kemil C. waren die augenfällige Wahl. Im Gegensatz zu Ralid Makai ließen sie sich problemlos erreichen. Kemil C., auch als Stadt auf den Klippen bekannt, liegt auf der Festlandseite der Wadenfellspalte und erstreckt sich über das gesamte schroffe Küstencliff. Reisende von der Ostküste Wadenwalds besuchen diese Städte oft per Schiff. Sie ist aber auch ohne übermäßige Schwierigkeiten auf dem Landweg von den nahegelegenen Dörfern aus zu erreichen. Nachdem sich meine Expedition in Zayda-Nin versammelt hatte, was in diesem nur halb zivilisierten Land natürlich nicht ohne die üblichen langwierigen Komplikationen abging, mochten wir uns zu dem Dorf Marok in der Nähe der Ruinen auf, wo wir eine Gruppe von Schatzgräbern anzuheuern versuchten. Mein Dolmetscher Zoan Phenik, ein für einen Dunkel-Elf ungewöhnlichen, leutseligen Gesellen, den ich in Zayda-Nin auf Empfehlung des Garnisonskommandanten eingestellt hatte, versicherte mir, dass die einheimischen Dorfbewohner Kemil C. bestens kannten, da sie diese Städte schon seit Generationen ausgeplündert hatten. Nebenbei bemerkt, machte sich 10 Pfennig, jetzt auf einmal steht da Pfennig, machte sich 10 Pfennig, wie wir ihn zu seiner unaufhörlichen Belustigung bald nannten, achso, okay, unentbehrlich und ich würde ihn ohne weiteren meinen Kollegen empfehlen, die ähnliche Expedition in der Eröhnnis von Morrovin planen. In Marok begannen dann die Schwierigkeiten. Der Häuptling des Dorfes, ein zurückhaltender, eleganter alter Herr, schien kooperationswillig, aber der zuständige Priester, ein Vertreter der dortigen Religion, deren Anhänger ein etwas namendes Tribunal anbeten, von dem sie behaupten, es lebe an bestimmten Orten in Morrovin, war entschieden gegen unsere geplante Ausgrabung der Ruin. Es schien, als würde er die Dörfler mit seinem Gerede von religiösen Tabus auf seine Seite ziehen, aber ich hielt ihm die Urkunde der Kaiserin unter die Nase und erwähnte beiläufig meinen Freund, der Garnisonskommandant von Zeydanin, und er beruhigte sich. Dies war zweifellos eine unter der Dörfler arrangierte Standardverhandlungstaktik, um ihren Lohn in die Höhe zu treiben. Der Priester war jedenfalls murrend abgezogen, wobei er mit Sicherheit allerlei Flüche auf die fremden Teufel herabschwor. Die Dörfler jedoch standen alsbald Schlange, um für die Expedition anzuheuern. Während sich mein Assistent und die banale Einzelheiten wie Fortverträge, Proviant und dergleichen kümmerten, machten Meister Arum und ich uns auf zu den Ruinen. Auf dem Landweg sind sie nur über schmale Pfade erreichbar, die sich an der Felswand hinunterwinden, und wo jeder falsche Schritt bedeuten kann, dass man jährlings in die schäumende Fluten und den schroffen Felsen in die Tiefe stürzt. Der ursprüngliche oberirdische Zugang zur Stadt muss in ihrem nordöstlichen Teil gelegen haben, dem Teil, der in grauer Vorzeit im Meer versank, als der Ausbruch des Roten Berges diesen überwältigenden, riesenhaften Krater stuf. Nachdem wir den trügerischen Pfad erfolgreich bewältigt hatten, fanden wir uns in einer großen Kammer wieder, die auf der einen Seite zum Himmel hin offen war und auf der anderen Seite in der Dunkelheit verschwand. Bei jedem Schritt knirschte unter unseren Stiefeln Berge von zerborstenem Metall, das hier so häufig zu finden ist, wie irdene Scherben an anderen Ausgrabungsstätten. Offensichtlich hatten die Plünderer ihre Funde von tieferen Ebenen hierher gebracht, die wertvollen äußeren Ummantelungen der Zwergenmechanismen abgestreift und die inneren Teile liegen gelassen, was natürlich einfacher war, als die kompletten Mechanismen auf das Klipp zu schleppen. Mechanismen, alles klar. Bei dem Gedanken an die vielen Krieger, die ohne sich dessen bewusst zu sein, in Tamriel mit Teilen von Zwergenmaschinismen auf dem Rücken herumliefen, musste ich unwillkürlich lachen. Denn die meisten Zwergenrüstungen sind natürlich genau das, nichts als die gepanzerten Gehäuse von vorzeitlichen mechanischen Menschen. Ich war aber sofort wieder ernüchternd, als ich daran dachte, wie unendlich wertvoll ein intakter Mechanismus sein würde. Nach all den herumliegenden Teilen in dieser riesigen Kammer zu urteilen, quoll dieser Ort offensichtlich von Zwergenapparaturen geradezu über, oder wie ich mich selber erinnern musste, war einst überquollen. Schließlich hatten Plünderer diese Städte seit Jahrhunderten abgegrast. Allein die Ummantelung wäre ein kleines Vermögen wert, wenn man sie als Rüstung verkaufte. Die meisten Zwergenrüstungen bestehen aus schlecht sitzenden Teilen von verschiedenen Apparaturen, weshalb sie als sperrig und plump verrufen sind. Ein kompletter und daher gut sitzender Bausatz eines intakten Mechanismus wäre nicht mit Gold aufzuwiegen, denn dann würden alle Teilen nahtlos ineinander passen und der Träger würde ihre Maßlichkeit kaum bemerken. Selbstverständlich hegte ich keinerlei Absicht, meine Funde wegen der Rüstungen zu zerstören, ganz gleich wie wertvoll sie auch sein mochten. Ich würde sie der Union zu wissenschaftlichen Studien zur Verfügung stellen. Ich stelle mir die erstaunlichen Ausrufe meiner Kollegen vor, wenn ich meine Funde bei meinem nächsten Vortrag enthülle und musste wieder lächeln. Ich hob ein weggeworfenes Teil von den Haufen zu meinen Füßen auf. Es glänzte noch wie nagelneu. Der Zahn der Zeit kann den Legierungen der Zwerge praktisch nichts anhaben. Ich hätte gerne gewusst, welche Geheimnisse sich noch in den Gewirr von Kammern vor mir verbargen. Den Zugriff der Blünderer trotzdem nur darauf wartend, wieder im Licht zu glänzen. Dass sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatten, auf mich wartend. Ich musste sie nur noch finden. Ich winkte Meister Arum, ungeduldig zu mir zu folgen und eilte mit großen Schritten in die Dunkelheit. Meister Arum, Zehnpfennig und ich erforschten mehrere Tage lang die Ruinen, während meine Assistenten oben auf dem Cliff ein Lager errichteten und Proviant und Ausrüstung vom Dorf herbeischafften. Ich suchte eine vielversprechende Stelle, an der ich meine Ausgrabungen beginnen konnte. Einen von Blünderern unberührten zugeschütteten Durchschloss oder Korridor, der mich zu unerforschten Städten in den Ruinen führen würde. Ziemlich zu Anfang fanden wir zwei solche Stellen, entdeckt aber alsbald, dass zahlreiche gewundernde Gänge die Blockierungen umgingen und den Zugang zu den dahinterliegenden Kammern freigaben. Dennoch waren auch diese Äußeren von Generationen von Blünderern ihre Artefakte beraubenden Bereiche für einen Berufsarchäologen von größtem Interesse. Hinter einer massiven bronzenden Tür, die einen Schluck auf der Erde in grauer Vorzeit von ihrem Scharnieren abgesprengt hatte, entdeckten wir eine große Kammer voll mit exquisiten Wandschnitzereien, die selbst der abgebrührte Zehnpfennig beeindruckte, der behauptete, jede Zwergenruine in Morrowind erforscht zu haben. Sie schien ein altes Ritual darzustellen, an dem Seitenwände schritt eine lange Reihe von Zwergen Stammältesten mit ihrem klassischen Bärten in eine Prozession hinab und sie alle verneigten sich offensichtlich vor der riesigen Gestalt eines Gottes, die in der vordernden Wand der Kammer gemeißelt war und gerade in eine Wolke aus Rauch oder Dampf dem Krater eines Berges entstieg. Meister Arum zufolge gibt es keine bekannten Abbildungen von religiösen Zwergenritualen und somit war dies in der Tat ein faszinierender Fund. Eine meiner Gruppen machte sich daran, die geschnitzten Tafeln von der Wand zu hebeln, aber sie konnte nicht einmal die Oberfläche durchbrechen. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass die Kammer offenbar mit einer steinartigen metallischen Substanz ausgegliedert war, die für unsere Werkzeuge undurchdringlich war. Ich erwog Meister Arum zu bitten, seine Magie an den Wänden auszuprobieren, entschied mich aber dagegen, weil die Gefahr zu groß war, die Schrift die Schnitzarbeiten dabei zu zerstören. So gern ich diese Schnitzereien in der Kaiserstadt mitgenommen hätte, ich wusste mich damit begnügen, Abdrücke anzufertigen. Sollten die anderen Mitglieder der Gesellschaft genug Interesse zeigen, ließ es sich sicherlich ein Spezialist, vielleicht, ein Meister Alchemist auftreiben, der einen Weg finden konnte, die Tafeln gefahrlos zu lösen. Am oberen Ende einer langen Wendeltreppe, die wegen der von der Decke fallenden Schutz kaum passierbar war, fand ich einen weiteren merkwürdigen Raum. Es handelte sich um eine kuppelförmige Kammer mit einem großen, zerborsteten Mechanismus in der Mitte. An der Oberfläche der Kuppel waren und stellenweise noch aufgemalte Sternbilder zu sehen. Meister Arum und ich waren uns einig, dass es sich um eine Art Observatorium handelte, aber man musste, aber haben, was, was, Entschuldigung, eine Art Observatorium gehandelt haben musste und der Mechanismus war demnach das, was noch von einem Zwergenteleskop übrig war. Um es aus dem Ruin über die schmale Treppe vorzuschaffen, hätte man es komplett auseinandernehmen müssen. Sicherlich war es zu diesem Umstand zu verdanken, dass es der Aufmerksamkeit der Plünderer entgangen war, weshalb ich beschloss, es vorläufig dort zu lassen. Die Existenz dieses Observatoriums ließ jedoch vermuten, dass dieser Raum einstmals oberirdisch gelegen war. Eine genauere Prüfung der Bauart offenbarte, dass es sich tatsächlich um ein Gebäude und nicht um eine freigelegene Kammer handelte. Die einzigen anderen Ausgänge aus dem Raum waren vollständig blockiert und sorgfältige Messungen von der Spitze des Cliffs zum Eingangsraum und weiter zum Observatorium zeigten, dass wir uns immer noch gut 80 Meter unterhalb der derzeitigen Oberfläche befanden. Eine ernüchternde Erinnerung an die vergessene Wutanfälle des Roten Berges. Dank dieser Entdeckung lenken wir unsere Aufmerksamkeit jetzt in die Tiefe. Da wir nun ungefähr wussten, wo die alte Erdoberfläche lag, konnten wir viele der oberen blockierten Passagen ausschließen. Insbesondere zog eine breite eindrucksvolle von geschnitzten Säulen flankierte Passage meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie endete an einer massiven Steinlawine, aber wir konnten sehen, wo Plünderer einen Tunnel durch den Schurzzug graben begonnen, aber dann offensichtlich wieder aufgegeben hatten. Ich war überzeugt, dass wir mithilfe einer Gruppe von Gräbern und Meister Arums Magie erfolgreich sein könnten, wo unsere Vorgänger gescheitert waren. Und so ließ ich meine Dunkelelfen mit den Räumen der Passage beginnen, erleichtert, dass diese wahre Erforschung von Kimil C. endlich beginnen konnte. Bald, so hoffte ich, würde meine Stiefel Staub aufwirbeln, der seit undenklicher Zeit ungerührt geblieben war. Angesichts dieser aufregenden Aussichten trieb ich meine Gräber eventuell ein bisschen zu heftig an. Zehnpfennig berichtete, dass sie wegen der langen Arbeitstage zu murren begangen und dass einige etwas von Aufhören fasselten. Da mir aus Erfahrung bekannt war, dass das beste Mittel zur Motivierung dieser Dunkelelfen die Bekanntschaft mit der Peitsche war, ließ ich die Rädelsführer auspeitschen und den Rest in den Ruinen fortsetzen, bis sie mit der Räumung der Passage fertig waren. Räumung, Entschuldigung. Ich danke Stendar für meine weise Voraussicht, ein paar Legionäre aus Zeydaniin rekrutiert zu haben. Anfangs waren sie träge, aber das Versprechen eines zusätzlichen Tageslohns als Belohnung für den Durchbruch brach sie alswalt dazu sich mit Nachwuch in die Arbeit zu stürzen. Diese Maßnahmen mögen in den Ohren meiner Leser im Schuss der Zivilisation harsch klingen, aber ich versichere euch, dass es keinen anderen Weg gibt, um diese Leute bei Stange zu halten. Kurz mal anders hinsetzen, Entschuldigung. Die Blockade war weitaus schlimmer, als ich zunächst angenommen hatte und am anderen Ende dauerte es fast zwei Wochen, bis die Passage geräumt war. Die Gräber waren ebenso aufgeregt, wie ich als ihre Hacken endlich am anderen Ende des letzten Schuttrestes durchbrachen und ins Leere trafen. Wir tranken gemeinsam eine Runde des lokalen Schnapses, eigentlich eine üble Brühe, um zu zeigen, dass alle vergeben und vergessen war. Ich konnte meinen Eifer kaum zügeln, während sie das Loch vergrößerten, so dass man die dahinterliegende Kammer betreten konnte. Würde die Passage zu gänzlich neuen Ebenen der alten Stadt führen, gefüllt mit Artefakten, die diese verschwundenen Zwerge hinterlassen hatten? Oder sollten sie sich als Sackgasse entpuppen, eine Nebenpassage, die ins Nirgendwo führte? Meine Erregung wuchs, als ich durch das Loch schlüpfte und einen Moment lang in der Dunkelheit kauerte. Aus den hallenden Klängen der unteren meiner Füße klärenden Steine schloss ich, dass ich mich in einem großen Raum befand, vielleicht sogar einem sehr großen Raum. Ich stand vorsichtig auf und nahm die Kappe von meiner Laterne ab. Als das Licht die Kammer erhellte, sah ich mich voller Erstaunen um. Hier gab es Wunder, die selbst meine kühnsten Träume übertrafen. Der warme Glanz von Zwergenlegierungen war überall. Ich hatte einen unberührten Teil der alten Stadt gefunden. Mit vor Erregungen hämmernden Herzen sah ich mich um. Der Raum war riesig, die Decke schwang sich in die Dunkelheit jenseits der Reichweite meiner Lampe auf, das andere Ende verlor sich im Schatten, wo nur noch ein verführerischer Schimmer die bisher unentdeckten Schätze erahnen ließ. An jeder Wand standen in Reihung gliedmechanische Männer, intakt, bis auf einen Kuriosum. Ihre Köpfe waren wie bei einem Ritual entfernt und zu ihren Füßen auf den Boden gelegt worden. Das konnte nur eines bedeuten, ich hatte das Grab eines hohen Zwergenfürsten, vielleicht sogar eines Königs entdeckt. Begräbnisse dieser Art waren auch vorher schon gefunden worden. Das berühmteste darunter von Ransorns Expedition nach Hammerfall oder Hammerfell, aber nie zuvor war ein vollkommenes, intaktes Grab entdeckt worden. Bis jetzt. Aber wenn es sich hier wirklich um ein königliches Begräbnis handelte, wo war das Grab? Ich schritt vorsichtig weiter, die Reihen der kopflosen Körper standen stumm da, wie schon seit Ewigkeiten. Nur ihre seelenlosen Augen schienen mich zu beobachten. Natürlich hatte ich wilde Geschichten über den Fluch der Zwerge gehört, hatte sie jedoch immer lachend als Aberglauben abgetan. Jetzt jedoch, da ich dieselbe Luft atmete wie die mysteriösen Erbauer dieser Stadt, die seit dem Katakalismen, Kalismus, der ihren Untergang heraufbeschwor, unberührt dargelegen hatte, verspürte ich auf einmal Angst. Ich fühlte die Präsenz einer feindseligen Macht, die mir ein Eindringen übel nahm. Ich schielt einen Moment inne und lauschte. Alles war ruhig und still. Bis auf, es schien als hörte ich ein schwaches Zischen regelmäßig wie etwas Atmen. Ich kämpfte eine plötzliche Panikattacke nieder. Ich war unbewaffnet, denn ich hatte in meinem blinden Eifer den Raum hinter der blockierenden Passage zu erkunden, keinen Gedanken an möglichen Gefahren verschwendet. Wir ran der Schweiß über das Gesicht, während ich die Dunkelheit auf Bewegung hin absuchte. Warm war es in diesem Raum, wie ich plötzlich feststellte. Wesentlich wärmer als im Rest des Labyrinths. Meine Erregung kehrte zurück. Hatte ich möglicherweise einen Teil der Stadt entdeckt, der auch heute noch mit einem funktionierenden Dampfwärmennetz verbunden war? An den Wänden liefen Rohre entlang, wie auch in allen anderen Teilen der Stadt. Ich ging zu einem der Rohre und berührte es. Es war heiß, beinahe unerträglich heiß. Nun sah ich, dass an manchen Stellen, wo die alten Rohrleitungen der Korrosion anheimgefallen waren, Dampf entwich. Das Geräusch, das ich gehört hatte. Ich musste über meine Einfältigkeit lachen. Ich ging nun recht zum anderen Ende des Raumes, wobei ich den Reihen der gerade noch so bedrohlich wirkenden mechanischen Soldaten fröhlich salutierte. Ich lächelte triumphierend, als das Licht die Dunkelheit der Jahrhunderte wegfegte und die riesige Nachbildung eines Zwergenkönigs enthüllte, der auf einem erhöhten Podium stand und mit seiner metallenen Hand sein Zepter umklammerte. Dies war in der Tat der Hauptgewinn. Ich ging langsam um das Podium herum, voller Bewunderung für die Kunstfertigkeit der altehrernwürdigen Zwerge. Der goldene König ragte unter einer freitragenden Kuppel rund sechs Meter in der Höhe. Sein langen, hochgekämpfter Bart stand stolz nach vorne ab und seine glänzenden metallenen Augen schienen mir zu folgen. Aber meine abergläubische Anwandlung hatte sich gelegt und ich schaute den alten Zwergenkönig wohlwollend an. Meinen König, jedenfalls sah ich ihn bereits als solchen an. Ich stieg auf das Podium, um mir den fein gemeißelten Rüstung näher anzuschauen. Plötzlich öffneten sich die Augen der Gestalt und sie holte mit einer gepanzerten Faust zu einem Schlag aus. Ich sprang zur Seite, als der goldene Arm herunterkrachte und auf den Stufen, wo ich gerade gestanden hatte, Funken schlugen. Mit zischenden, entweichenden Dampf und suchenden Zahnrädern trat die riesige Gestalt schwerfällig unter ihren Baldachin heraus und schritt mit furchteinflößender Geschwindigkeit auf mich zu. Ihre Augen verfolgten mich, während ich rückwärts stolpernd zu entkommen suchte. Ich suchte hinter einer Säuledeckung, als die Faust erneut herabsauste. In dem Wirr war fiel mir eine Lampe herunter und nun kroch ich in der Dunkelheit jenseits des Lichtkegels, in der Hoffnung zwischen die kopflosen Mechanismen schlüpfend und so in die Sicherheit der Zugpassage entkommen zu können. Wo war das Monstrum nur? Man sollte meinen, dass ein sechs Meter großer König kaum zu übersehen sein durfte, aber er ließ sich nirgendwo erblicken. Die tropfene Lampe vermochte lediglich einen kleinen Teil des Raumes zu erhellen. Er konnte überall in der Dunkelheit lauern. Ich kroch schneller voran. Ohne jede Warnung stoben die verschwommenen Reihen der Zwergensoldaten plötzlich vor mir auseinander, während sich der monströse Wächterdrohnen vor mir aufbaute. Er hatte mir den Fluchtweg abgeschnitten. Ich versuchte den unaufhörlichen herabsausenden Schlägen der mir unerbittlich folgenden Maschine rückwärts zu entkommen und geriet dabei in die entfernteste Ecke des Raumes. Von hier gab es keinen drinnen mehr. Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Ich sah zu meinem Gegner hinauf, entschlossen im Stehen zu sterben. Die riesigen Fäuste hoben sich für den letzten Schlag. Plötzlich erfüllte gleißendes Licht den Raum. Pupone Energieblitze prasselten über den metallischen Rückenschild des Zwergenmonsters. Es hielt inne und drehte sich halb nach dieser neuen Bedrohung um. Meister Arum war gekommen. Ich wollte gerade einen Freudenschrei ausstoßen, als ich die riesige Gestalt wieder mir zuwandte. Unversehrt von Meister Arums Blitzstrahl entschlossen, diese ersten Eindringlinge zu vernichten. Ich brüllte dampf, dampf, während der Gigant seine Faust hob, um mich auf den Boden zu zerschmettern. Dann hörte ich ein Zischen, füllte einen bitterkalten Luftschwall und sah nach oben. Das Monster war nun mit einem Eisenpanzer bedeckt. Er starrte in dem Moment, als es mich ins Jenseits befördern wollte. Meister Arum hatte verstanden. Ich lehnte mich erleichternd gegen die Wand. Da knirschte das Eis über mir. Der riesige goldene König stand vor mir und der Eispanzer fiel von ihm ab. Sein Kopf drehte sich triumphierend zu mir hin. War dieses Zwergenmonster... War dieses Zwergenmonsterosität durch nichts zu stoppen? Aber dann schwand das Licht aus seinen Augen und seine Arme fielen schlaff herab. Der magische Frost hatte funktioniert und sein Dampf getriebenes Energie erkalten lassen. Während Meister Arum und die Gräber sich um mich scharrten und mich zu meinem knappen Entkommen beglückwünschten, fingen meine Gedanken an zu wandern. Ich stellte mir meine Rückkehr in die Kaiserstadt vor und ich wusste, dass dies mein bislang größter Triumph sein würde. Wie könnte ich diese Entdeckung überhaupt noch übertreffen? Vielleicht war es an der Zeit, mich anderen Dingen zuzuwenden. Die Wiederentdeckung des legendären Auges von Argonien. Das wäre ein echter Kub. Ich lächelte innerlich, in der Glorie des Augenblicks schwelgend plante, aber bereits mein nächstes Abenteuer. Wow, ein sehr langes Buch mal wieder nach langer Zeit. Ich habe den Anfang erst nicht so ganz verstanden, aber dann, als es dann so um die Erforschung in der Höhle, also in dieser Zwergenhöhle da ging, habe ich dann wieder alles verstanden und auch gerade der Kampf gegen, ja, gegen diesen riesen Roboter, den kennen wir ja auch schon aus Geibem, wir haben ja schon oft gegen so einen gekämpft. Äh, klar, die sind nicht gerade einfach. Ja, auf jeden Fall, hat mir eigentlich Spaß gemacht, das Buch, ich hoffe euch auch, mal wieder eine lange Sache, vielleicht morgen ja auch mal wieder mal gucken. Ja, und wie ich gerade schon gesagt, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, würde mich sehr freuen und ich sage bis dahin, Tschüss!